Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Yannick die Morator und meine Seite ist immer noch ein Texas Mopsi. Sag Hallo an alle. Heute ist Yannick die Morator. Ich kann nicht wissen, ich bin ein Texas. Yannick, du bist der Morator. Ja. Jetzt geht es gar nicht bei mir los. Ich will auch viel Spaß mit dem Rennen. Vergesst euer Abo dabei hinzulassen. Ich starte sogar für den zweiten jetzt, weil jemand verlassen hat. Ich kenne auch sehr sehr gut. Auf welchen Platz startest du? Sechs. Okay. Ich bin eigentlich sehr sehr gut sogar. Das ist ein kalter Erkettung Sven. Oh, ohne Taktionskotorte. Das ist die Scheiße. Mopsi warst du dabei gedacht. Überraschende Sportgeist zu einem runter bekommen, weil ich, äh, bei jemandem nicht kein gefahren ist, oder was. Alles klar. Wie, joh. Da bin ich nicht hingefahren. Und den auch schlechter. Scheiße. Was ist los, Janik? Kack, Alter! Was ist denn los? Heimlich! Was waren alles so... Wie zauenhaft haben wir zu... Sieh dich. Du, der ist ein Spanier geworden. Vielleicht kann ich nur Erster werden. Nicht so! Was? Was macht der denn da? Komm schon! Komm schon! Du hast was Julio! Du sagst das! Wäre es Runde 4 gelandet? Und du, Yannick? Ja, ich bin schon fast fertig mit der Runde 4. Oh fuck, ich bin jetzt richtig effizient gerüstet, oh scheiße, wir waren mal so nah dran und jetzt sind wir wieder so weit weg. Letzte Runde. Ne, schnitte erst. Hapsung, du sagst erst, Bebe. Ich will lieber fünfter werden. Hapsung, du sagst das noch, meine Güte. Hapsung, du sagst noch mal fünfter. Abonnier Janek. Abonnier ihn. Vielleicht kann ich, jetzt verhoffe ich, dass der Erstplatzierte noch einen Fehler macht, dann kann ich ihn noch zahlen. Schlamm mal, ey. Gut um die Kurve? Das war's. Die kommen nicht mehr. Nicht so gut wie die Kurve war, aber vielleicht. So. Das war erstmal der erste Stand für heute. Und wie war's das denn, Leute? Schreibt die Kommentare, wenn ihr gut gefallen habt. Ich bin sechster geworden. Ich bin gleich fertig mit dem Letzte Kurve. So Leute. Wir machen eine kleine Werbepause, dann sind wir gleich da. Mit Mopsy und Janek. Bis später. Jetzt bin ich zweiter. Okay. Glückwunsch an Janek. Zweiter Platz. Wir sehen uns gleich wieder zurück. Wir machen eine kleine Werbepause. Bis später. Bis später. Ciao. Danke für die Werbung. Jetzt geht's weiter. Mit Janek und ich, so Sport-Tickets zu nennen. Auf Suzuka-Zirkel. Was sagen Sie? Janek? Jo, da ich erstmal den Start richtig verschissen habe. Okay, dann komplett verschissen den Start, weil es ging los, wo ich gerade mitten in der Kurve bin. Soll ich den beschissenen Start, den es gibt, bin ich jetzt letzter. Ich bin siehnte. Wie ich das mag. Ich bin letzter. Nur weil dieser beschissene Start war. Warum gibt's denn so einen Start, den fliegenden Start, wenn er in der Mitte treibt. Weil er in der Mitte treibt. Keine Ahnung. Die nächste. Und? Ich will euch auch dazu sagen, du gehst den nächsten Zoo. Ja. Boah. Alter, ich fang halt so und fast zusammen. Alter, ich fang halt so und fast zusammen. Alter, was ist da los? Ich bin siebter. Was ist da los hier? Also. Haben alle kompockiert? Ja, gut, gut. Was mach ich denn? Junge, ich... Ich mag siebter. Ich mag siebter. Ich mag siebter. Ich kann lieber auch reinfahren. Fuck. Ich bin... Ich bin sechster. Ich bin fünfter, Digga. Übertreib mal nicht. Man, ich würde jetzt gerne auch so weit vorne. Ich guck hier ganz hinten rum. Leute, was ist mit euch los? Habt ihr alle keinen Bock auf rennen oder was? Haben alle Verweihungen gemacht oder was? Los. Los. Los weiter, los. Ich fang den. komme den contains... Oh oh, der Brust Hoser kommt. will mich angehalten. Ey, was ist mit den Engländern los? Leute, ey, was macht ihr da? Wir sind jetzt bei Fuß im Motorsport. Fuck, fuck. Achtung. Wua, 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 wua. Ich hab das gemein gemacht! Ich hab das gelang geschrieben. Ich hab das gelieb. Juhu ich hab das gelieb. Ich hab das gelieb. Ich hab die blühe, ich hab das gelieb. Natürlich! Ich muss mir wirklich mal hibern. Oh das ist… Oh mein Gott! Auf Wiedersehen! Schönen Sie mich! Das war schon ein bisschen zu ziehen! Scheiße, ich möchte es bei uns angehen! Nein, jetzt natürlich nicht in der Leck, oh NIEMANN! Ich kacke, ich kacke im Strahlen. Der Matos. Ich hab Skill, ich hab Skill. Ohne Scheiß, Digga. Ich hab Skill. Ich hab auf dieser Strecke überhaupt keinen Skill. Da fahr ich so wie in 6 Mh... Ich fahr ich so als ein frisch geborenes Kind. Das sind gerade meine Fahrtmünste. Das war keine Absicht. Ja, Motorstufen. Kein Problem. Das war keine Absicht gewesen. Das war keine Absicht. Komm, das müssen die nur noch Scheißen, die bei den Kriegs sein werden. Da bin ich immer richtig gut. Hä, Soweto wurde gestuft. Was soll das denn? Ich hab die Historie ungesagt, Kassuse. Da ist der. Da ist der. Da ist der. Da ist der. Oh, ich stehe. Okay. Das war's. Ich hab die Serie. Eine Sekunde. Auf NIEMANN. Ich bin 14er geworden. Was ist das? Oh, so wieder wurde gestuft. Was soll das denn? Leute in den Namen. Da wurde ich aber nicht runtergestuft. Ja, egal. Ich bin dritter geworden. Hier ist die Waffe. Beweis. Dritter Platz. Dritter Platz? Ja. Schwindig. Richtig gut. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Was hast du? Ich bin 14er geworden. Aber dafür habe ich keine Strafe bekommen. Also kein Minus. Das war's für unser Video für heute. Danke für das nächste Mal. Danke an Yannick. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.